Musik Es ist ein informativer Austausch und Clemens Hoch bestätigt den Eindruck, dass er sich auf seine Amtszeit freut und sich viel vorgenommen hat. Das war in der ersten Zeit mit Corona eine sehr große Herausforderung. Wir sind jetzt auch wieder in einer Phase, in der die Herausforderungen größer werden. Aber wir sind auch in einer Phase, in der wir jetzt sagen können, jeder Erwachsene hat ein Impfangebot und das macht eben auch was mit einer Pandemie. Wie die Auswirkungen aussehen müssen wir sehen, aber ich bin auch sehr zuversichtlich, auch für die nächsten drei Monate. Im Talk werden viele Themen angesprochen, Budgetierung, Regulierung und Eingriffe in den Praxisalltag. KV-Vorstandsvize Bartels fragt nach. Regularien abbauen oder Bürokratie abbauen, das ist leichter gesagt als getan, das sind ja immer so Schlagworte. Es gibt ja auch viele Dinge, wir haben das jetzt in der Pandemie gemerkt, wo es dann mal für eine gewisse Zeit sehr gut und sehr einfach ist, zu sagen, wir lassen jetzt mal fünf gerade sein und machen es anders. Dieses anders machen ist für die KV Rheinland-Pfalz wichtig. Beharren auf Strukturen, das weiß der ärztliche Berufspolitiker, führt in eine Sackgasse. Und Doc Bartels macht deutlich, dass man deshalb auch mit der Reform des Bereitschaftsdienstes ganz neue Wege gehen musste. Ich habe ein großes Verständnis dafür, dass die KV und natürlich die Ärzte, die die Bereitschaftsdienstzentrale bestücken müssen, sich angucken. Lohnt das wirklich nachts da zwei, drei Menschen sitzen zu haben für die zwei Patienten, die kommen? Oder ist es dann effizienter, wenn einer anruft, sie zum Hausarzt zu schicken? Sie haben ja auch so ein elektronisches Anamnesetool, was ein gutes Vorscreening macht. Auf der anderen Seite sind das immer subjektive Komponenten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn die KV da sehr viel mehr erklären würde und sehr viel offensiver in die Kommunikation eintreten würde. Seit Mai ist Clemens Hochminister für Wissenschaft und Gesundheit im Kabinett Dreyer. Auf seiner Agenda steht auch das Problem des wachsenden Landärztemangels. Also es gibt ja heute schon nicht in jedem Ort einen Arzt. Und wir haben einen Drang dazu. Sie haben zu Recht gesagt, es gibt noch genug Köpfe möglicherweise, aber nicht mehr so den Arzt am Patienten, wie wir uns das gemeinsam miteinander vorstellen. Und ich bin froh, dass wir letzte Woche schon miteinander vereinbart haben, dass wir sagen, wir beleben wirklich nochmal den Masterplan Sicherstellung der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Das ist jetzt unter Corona ein bisschen eingeschlafen miteinander und trotzdem sind die Probleme auch genauso drängend oder sie sagen das drängender als vor zwei Jahren. Die Baustellen sind da und KV und Ministerium wollen zusammen und auf Augenhöhe daran arbeiten. Gute Kompromisse werden so wahrscheinlich. Und das ist ein großes Plus für eine gute ambulante medizinische Versorgung im Land. 100 100 2 4 6 6 7